hallo meine lieben herzlich willkommen zu meinem neuen video heute habe ich wieder ein bär paket bekommen und zwar von der firma auresa heißt die die haben seit 2018 natürlichen tees beutellose tees und ja mehr infos schreibe ich euch unten und hier in der früchte und so vieles und so viele tees ich bin ein bisschen aufgeregt ich habe drei bekommen wie gesagt kostenlos dankeschön dafür und die werde ich gerne austesten austrinken und ja falls ihr was bestellen möchte dann schreibe ich euch alles unten wie gesagt und ja ich freue mich jetzt mit euch das aufzumachen zum ersten mal dass ich diese nicht diese beuteltee ihr wisst schon was ich meine hallo vera wir freuen uns wirklich sehr dass du unseren losen tee genau losen tee probieren möchtest und wünscht dir viel spaß und natürlich voller kann genuss ich habe auch noch ein rabatt gut für euch weras kanal ziehen habt ihr bis 3 4 2021 10 prozent auf dienen auf eurer einkauf im shop verlinke ich euch hier unten und da liest ich jetzt weiter da wir natürlich schon von unsere t überzeugen überzeugt sind brauchen wir dich um auch andere zu zeigen wie lecker es ist deshalb fanden wir es großartig wenn du den tee ausgiebig testest ein video auf deinen youtube kanal erstellt und vielleicht auch ein bericht auf deinen sozialen medien kanal postet postest bitte verwende dafür den hashtag auresa germany instagram oder facebook und die hashtag auresa oder voll genuss kanal genau sehr gerne kannst du uns natürlich auch auf den jeweiligen seiten folgen eine bewertung in unserem shop wäre klasse aber das bleibt dir ganz über dir ganz überlassen ja ich danke euch dass ich diesen code bekommen habe ich werde das jetzt zeigen im anschluss mache ich mir den tee und zeige euch dann wie das aussieht und ob der schmeckt ich freue mich ich habe drei wie gesagt da ich sehr gerne früchte tee trinke habe ich drei verschiedene bekommen in ein glas gefäß schön ich freue mich früchte tee vanille zimt geschmack genau die sind mit dieser kork und die sind 120 gramm drin schaut mal so schön und wenn die les kann man wieder erfüllen mit anderen tees und da hat man immer wieder diese gefäße ja schöne ich zeige euch jetzt wie das aussieht so der nächste mal schauen welche ich dann probiere das ist bärenfang holunder himbeere geschmack genau er gibt 55 tassen tee da habe ich für ein jahr lang ja freue ich mich auch wieder 120 gramm mal schauen das ist 100 prozent zuckerfrei genau 100 prozent biologisch genau bio das ist bio ja genau so jetzt der letzte dann probieren wir die so das ist moringa tee mit maracuja geschmack ich liebe maracuja schaut mal wie schön der aussieht drinnen ich mach mal auf den und riech mal sehr intensiv moringa ich weiß gar nicht was das ist ja maracuja genau nicht moringa das riecht echt so nach maracuja kann ich mal zeigen alles getrocknete früchte ja aber riecht sehr gut sehr gut sehr intensiv ne intensiv genau ja mein lieben wir probieren den gleich und dann berichte ich euch wie der schmeckt aber schmeckt bestimmt lecker und alle geben die das 55 tassen tee der bärenfang der 44 früchte brot und moringa 43 tassen tee genau genau ich freue mich ja mein lieben ich zeige euch jetzt wie der aussieht wenn ich ihn koche und dann ob der geschmeckt hat und ja ja meine lieben ich wollte euch noch zeigen wie der tee aussieht ich werde ihn jetzt kochen und dann sagen ob der gut schmeckt seht ihr gleich das ist mein tee filter sozusagen und ich mache ihn diese meringa tee mit maracuja geschmack früchte tee genau mache ich gleich und dann seht ihr das so ein bisschen rein tun voll machen riecht so gut ich mache ein bisschen musik während ich das mache zeitraffer so da muss reichen so sieht der aus da gibt der geschirrspülmaschine habe ich auf base auf pause gesetzt und jetzt machen wir den mal zu und so und gießen den mal mit heißes wasser und mal schauen ja mein lieben ich hoffe mein video hat euch gefallen ihr könnt mir gerne feedback da lassen ob ich solche videos wieder drehen soll kooperationen oder so ich bedanke mich herzlich für die Bereitschaft der tees kostenlos an das team von auresa vielen dank und ich freue mich über weitere kooperationen und ja wir sehen uns bald tschüss tschüss Vielen Dank.